ja hallo da bin ich wieder mal nach längerer zeit wieder mal ein video von mir ich hoffe es seid alle gut ins neue jahr umgerutscht ja ich habe da ein mystery paket gekriegt letzte wochen von abonnenten von mir von johannes das hat meine freundin übernommen weil ich bis jetzt noch keine zeit gehabt habe dass ich das video mache ja bin echt schon gespannt was da drin ist wie gesagt das hat nicht unbedingt sein messen habe mich jetzt aber trotzdem gefreut und freue mir jetzt dass ich das video mit euch machen darf ich habe das packel schon ein bisschen vorher aufgemacht die adresse und alles habe ich durchgestrichen dass man es nicht sieht ja dann hätte ich gesagt schauen wir mal hinein was drinnen ist also jetzt einmal jede menge folie jetzt einmal auf die seite stellen dass man es besser auspacken kann also da haben wir schon mal was wir haben nur geschrieben vorher was man so gefällt oder so und er hat mich vorher irgendwas gefragt wegen ja und da ist darum gegangen halt ob man breaking bad oder so gefällt habe ich gesagt ja die serie habe ich daheim habe ich auch schon weg sucht zwei mal und ja bin gespannt was das jetzt ist so okay es darf okay es ist eine figur von breaking bad also das ist die hülle wenn man so dumm ist okay schaut so aus ich werde es dann aber eckle auspacken weil es geht ja jetzt in die zehn minuten wie gesagt ja so schaut das aus also ziemlich cool gefällt mir sehr gut kommt dann auch gleich in meine vitrine hinein oder oder das hat sehr massiv sehr schwer sehr geil okay da ist einer schutz drüber oder oder okay schaut so aus auch sehr geil also vom gesicht her und so gefällt es mir sehr gut auch sehr massiv sehr schwer gemacht sehr geile figur gefällt mir echt sehr gut ja also sehr coole figur so was ist dann auch dabei okay das ist es drogen fassel was dabei ist so jetzt einmal also das komplett in weiß so was haben wir da okay da haben wir dann noch so eine flasche wo das drinnen gemacht wird ich glaube die käme dann nicht so gut aus mit dem haben wir auch noch mal so eine flasche so da haben wir noch so eins auch sehr cool also ich schalte noch sicherheitsfolger ins paket ein nicht dass ich eh nichts vergessen habe alles auspackt nicht dass ich irgendwas vergieße und dann habe ich auch irgendwas nicht auspackt ja auch sehr cool also wie gesagt die figur gefällt mir echt sehr gut hannes bin echt mega happy wie gesagt ich muss jetzt leider das video auch in der egosicht machen weil ich habe mir jetzt eine spiegelreflexkamera bestätigt die kriege ich aber leider erst nächste woche und dann kommen die nächsten videos kommen dann eh vor der kamera dass ihr mich mal wieder seht vor der kamera schreibt es dann könnt ihr mir in die kommentare schreiben wie es euch am besten gefällt ob ihr mich vor der kamera sehen wollt oder ob ich mehr videos hinter der kamera mache bis jetzt filme ich halt mit meinem handy ja dann war es das eigentlich schon wieder aus meiner sicht danke wie gesagt noch einmal johannes für die coole edition für die geile figur gefreut mich echt ja dann sage ich danke fürs eischalten und bis zum nächsten video danke tschüss bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video mit Vielen Dank.